Willkommen zurück zum Tomb Raider Let's Play. Mittlerweile auf dem Turm. Das Notsignal haben wir abgesetzt und wir wurden sogar erhört. Also dann mal nach unten. Oh, Creme. Sehr schön. Hm. Ah. Mal sehen, ob wir noch mehr zum Looten finden. Ich denke ja, oh, das sieht aber gut aus. Ja, man sieht es, mit dem leeren Druck der X-Taste können wir jetzt immer Feuer entzünden. Das ist unglaublich hilfreich. Da ist es! Da ist es! Da ist es! Da ist es! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, das war ein rasanter Abgang. Anders kann man es nicht sagen. Gut, auf dem Weg zum Piloten. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. What the hell? Go away! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Ha! Verdammt! Sehr schön. Und der erste Moment, wo es schon tatsächlich sehr praktisch ist. Das sieht doch fast danach aus, als würde es. Und uns einladen hier auch zu klettern. Schön. Ah, das obligatorische Lager. Ja, wirklich hart. Ja. Ja. Auf meinen Weg. Ah. Hier findet sich doch überall irgendetwas. Ja. 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 Okay, noch eine Reiner übrig. Na, sehr schön. Aber immerhin ziemlich viel neues Equipment bekommen, was uns auch an schon besuchten Stellen weiterhelfen wird, beziehungsweise hauptsächlich mir, da ich ja die 100% für jedes Gebiet anstrebe. Schöner Wasserfall, wirklich schön. Schöne Gegend auch, wenn es jetzt, sagen wir, ein paar wahnsinnige Mörder weniger gäbe. Wirklich schön. Da bin ich aber gut vorbeigesprochen. Mal kurz im Moment überlegen, wie, ach von da, gut. Das hatte ich jetzt nicht beachtet. Ja, das sehe ich genauso. Gut. Okay. Das ist auch wieder ein klarer Fall dafür. Tomb Raider sieht wirklich gut aus. Moment. Okay. Ich denke, die Chance habe ich jetzt vertan, da hochzukommen. Oder? Ich glaube schon. Ich will nur mal wissen, was passiert. Nichts. Gut. Na dann, jetzt kann man auch solche Türen öffnen, die zum Glück mit Seilen bespannt sind. Ich bin sehr glücklich, dass du hier verabschiedst. Du und ich beide, gut. Also, ich bin ein Moment. Ich bin ein Moment. Dann der nächste, war das eine Wärtsame. Es kam aus dem Nauber. Es ist nicht dein Wunsch, Laura. Ich habe sie hier rufen. Hey. Wir finden einen anderen Weg. Mayday. Mayday. Das ist eine Co-Pilot Jessup. Einmal eine Pilot. Hallo? Hallo? Kann du mich? Ja, ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich habe jemanden. Ich habe jemanden. Ich habe es nicht. Ich habe eine Smoke-Signal. Ich habe eine Smoke-Signal. Das ist nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es zu ihm. Nein. Nein. Wir haben unsere eigenen Leute zu beschäftigen. Wir müssen sie wiederholen. Als sie finden, Sam. Ich kann nicht einfach, dass er alleine ist. Ich muss ihn alleine sein. Ich muss ihn zu ihm sein. Manchmal, du musst du machen, Laura. Du kannst nicht alle zu retten. Ich weiß, was ich. Nein. Ich weiß, was Loss. Loss. Loss ist eine Auswahl. Loss ist eine Auswahl für dich. Loss ist eine Auswahl für dich. Ich kann nicht wählen, Roth. Loss ist eine Auswahl für dich. Loss ist eine Auswahl für dich. Loss ist eine Auswahl für dich. Ich gehe nach die Mäste. Vielleicht kann ich mit den anderen zusammenstehen. Ich kann nicht nur hier sitzen. Geh weiter, Lara. Je schneller du das machst, desto schneller du kannst mit den resten uns. Ich habe ein altes Sniper-Rifle gefunden in den Ruinen gefunden. Glücklich, oder? Und es war verpackt. Ha, verdammt. Ich werde sehen, ob ich es funktionieren kann. Okay, den Skillpoint verteilen. Mal sehen, was wir uns Schönes leisten. Ist schwierig, aber ich denke, mehr Munition ist erstmal nicht schlecht. Als nächstes dann sicherlich Axe Expert. Hm. Okay. Ja, man kann die ja auch vorbei laufen lassen, aber das wollen wir nicht. Wir brauchen das! Hm. Sehr schön. Ich hab ihn! Wer von wo? Oh. Ja, die verschwinden dann. Und man kann nicht mehr looten, bzw. die Erfahrungspunkte gibt's auch nicht mehr. Ja. 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 Gut, dass die anderen auch was machen. Ja. Wie man sieht, ich habe ein Achievement bekommen. Ich versuche ja mit meinem anderen Safer soweit heraus zu spielen, dass diese Achievements eben nicht dastehen. Ich bin kein Freund davon. Aber okay. Ich habe anscheinend eine große Zahl an Reliquien gefunden. Super. An dieser Stelle, wie immer, wem es gefallen hat, der darf gerne den Abo-Button betätigen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.